Customer Success ist letztendlich der Kundenwert und der Kundenerfolg. Dafür brauche ich emotionale Intelligenz, dafür brauche ich eine Strategie, dafür brauche ich Unternehmertum, dafür brauche ich ein tolles Team und natürlich die Menschen, denn Menschen machen Marken und Marken machen Menschen und den sogenannten Zug aufs Tor, dass man einfach sagt so, wo stehe ich, wo möchte ich hingehen und natürlich das am liebsten mit ganz, ganz, ganz viel Spaß. Es geht darum, die Menschen zu verstehen und es geht darum, Spaß zu haben.